Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted, Drakes Schicksal Und jo, wir haben, wir wurden im letzten Part ziemlich schön hier begrüßt und nein, ich will die 9mm haben Ah, super. Wir wurden hier richtig toll begrüßt und ja, ich würd mal sagen, wir schauen mal weiter, wo lang es geht Okay. Äh, hier versperren die mir den Weg, das heißt, wir wollen hier lang Da, äh, da ist ne Tür. Da komm ich leider nicht durch Ist irgendwas zu... Wo kommst du her, Alter? Hey, hey Zack Alter, erschreck mich doch nicht so, wo kam der her? Okay Sache ist, wir leben noch So, hier, hier war ich gerade Geh dann gleich da zurück, denn da gab's noch Treppen nach oben Dann würd ich sagen, nehmen wir die Die geben uns hier ja keinen Aufzug Also auf nach hier oben Okay, und hier ist nichts von Bedeutung Irgendwie was, was uns weithelfen könnte? Nö Okay, dann... Oh, da sieht's richtig aus, als würde man da den Schatz verstecken Tut man das? Tut man das? Tut man das? Nein, man darf da einfach nicht lang Das ist doch toll Okay Ich steh mal davon aus, wir wollen nach da oben Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme So, und hier könnten wir auch hochkommen Okay Mhm, mhm Sieht richtig Tön aus Spur von ihr Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein Hoffen wir mal sehr gut Hoffen wir mal sehr gut Okay Ich geh mal davon aus, wenn sie hier war Hat sie sich hier rüber geschlängelt Oh 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 Was zum Teufel macht sie da? Hallo? Äh Buka Pinto Tria Baini Tria Baini Tria Tihara Ach, Mann Sialadlo Tepatran Buka Pinto Ah, Tai Ha, ha, ha Es klappt Da ist der oben Los ans MG Nicht gut Oh Gott, Drake Und was hast du uns da denn jetzt schon wieder rein? Oh, dein Spielzeug Oh, dein Spielzeug Ja, dein Spielzeug, ja, ja, super Ach, jetzt stecken wir auch noch fest Zack Okay Ich glaub das Wes Die Wes Die Wes Heißt das, oder? Die Wes Das muss sein Zack Wenn ich treffen würde Zack Ah, ja, tut sie Wo steht ihr? Oh Mann Ich hab das erstmal mit euren Granaten Ich steh hier oben, ihr Idioten Zack, der ist bitte Oh Mann Ich bin gleich tot Ah, ich bin tot Ja, ich, ich, ich bin tot Das ist doch Auch was tolles, oder? Das kann nützlich sein Achso, hier liegt auch wo Ah, nimm mal hier bitte aufmachen Diesmal nicht die Werb verschwenden Zack Okay Wir wollen dich direkt runterspiegeln Ich bin tot Und was auch immer nicht Schau mal Du kannst mich mal quer Siehst du das? Siehst du das? Da kommen wir wieder raus, bro Kommen wir wieder raus, bro Kommen wir wieder raus, bro Oh Mann Ja Ja Okay, das ist doch auch toll Harry, die wegfliegen Okay, dann kann ich da wieder runter Zack Und, wow, was? Wo kommst du denn her, Alter? Mit dem Fahrzeug einfach mal ins Gegend geschossen Und Alan erlebt Alan erlebt Das haben wir gerade eben gesehen Okay, das ist doch Das ist doch eine gute Nachricht Jetzt müssen wir nur irgendwie zu ihr kommen Ich glaub die Typen kamen hier Von dem Tor Okay, dann gehen wir hier mal lang Okay, wir haben, wir haben... Oh Gott Was? Was? Achso Verwaschende Texturen Für den Wind Okay, wie bin ich jetzt noch hinten gekommen? Achso Es gibt Es gibt Es gibt zwei Wege Den Von oben und zu sterben Den hier unten Und sicher zu sein Ich bin für den... Ach du Heilige Ja, so viel zu sicher So viel zu sicher Schreibe ich dir auch, Drake Gib ihm den Rest Hey, du sollst ja wohl schon Ist er nicht hoch? Ah nein, wie es aussieht nicht Okay Mal schießen Jetzt Pause, okay Pause, Pause, Pause Reden, Alter Gut Ich sitze richtig jetzt Ihr seid gleich tot Oh nein, seid ihr nicht? Da oben ist ein Ausgang Ja okay, tschau Leute Wir sehen uns vielleicht später Was? Wo kommst du her? Ich sollte die West nicht so Verschwenderisch einsetzen Aber da kann man sich Jetzt auch nichts mehr machen Ähm, nein Das ist glaube ich nicht cool Das ist glaube ich echt nicht cool Was? Hey! Ah, Mann Okay Wie, wie schalte ich den am geschicktesten aus? Das weiß ich dir auch, Drake So, das sitzt Okay Gibt das eigentlich da irgendwo noch? Ja Bro, kannst du mal da bitte aufhören? Danke Oh, Mann Okay Ach so, da sind, da sind explosive Fässer Hör auf zu schießen Nein Zack So einfach Das ist doch toll Okay So eine Munition mit Dann Hier müsste mal ein Kleppner vorbeischauen Wieso, was ist denn los? Oh Was? Hehe, ja das war ich nicht auch so Okay, der ist weg Hinten stand einer Ach du stehst hier Das ist echt sicher Das ist richtig sicher Wie du da stehst Okay, sind hier noch mehr? Ich meine ich sehe nichts Ich höre nichts Okay, jetzt höre ich jemanden Boah, wo kommst du hin? Zack Der ist tot Zack, zack, zack Nein, stirb Baba, Junge Ich weiß nicht, ob das jetzt so krug ist Zack, zack Den rennen wir jetzt einfach mal zu Einfach weil wir es können Hihi Der hat, der hat überlebt Und der, der hat ziemlich gut überlebt Zack Okay Okay Dann würde ich sagen, suchen wir mal einen Weg nach oben Ja, dann gehen wir dich geklärt haben Ach, da sind mehrere Da ist die Okay, dein Bro Oh, Alter Könnte ich mal aufhören, so viele zu sein? Das wäre echt nett, danke Okay Zack Ja, zack Und Da hinten, zack Okay Ich komm, ich komm jetzt langsam hinter das Tier Oh nein, hör doch auf Oh, das ist so ein Fettsack Da ist das so ein Fettsack Das sind zwei Fettsäcke Okay, zack Okay Die, denen haben wir es gezeigt Seid ihr tot? Alle? Ja, sind sie Ich würde gerne meine M9 wieder haben hier Nein, meine M9, meine PM 9mm So Okay Leute, ich muss euch ganz kurz verlassen Ich bin gleich wieder da Okay, ich muss kurz nachgucken, wie lang die Aufnahme schon läuft Denn wir wollen ja nicht zu sehr überziehen Okay, dann suchen wir meinen Weg nach oben Kann ich sagen Am offensichtlichsten ist es ja hier Nur kommen wir da nicht hoch Da laufe ich gerade gegen die Wand Ja, tut mir leid, ich kann gerade nicht schauen Ich bin gleich wieder bei euch Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Okay Dann wollen wir uns mal umschauen Ah Wo geht es nach oben? Kann ich an diesen Ketten einfach nach oben? An diesen Gittern? Ah, da hinten Da oben geht es lang So sieht das zumindest so aus Irgendwo? Hallo? Kann ich da hoch? Ne Okay Wo könnte es lang gehen? Von da komme ich Hier rein ist auch nichts Vielleicht an den Wänden irgendwo? Ich nicht Ich hoffe nicht Äh Ja Ja Pfff Es könnte Etwas dauern Hallo? Hat hier irgendjemand vielleicht was Um daran hochzuklettern? Nö 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 Hier vielleicht Ja Perfekt Oh Das hätten wir ruhig bisschen offensichtlicher machen können Okay Ich schätze ich will da rüber Ja Ich brauche keinen Tipp Ich bin schon da Okay Ähm Hier bitte einmal aufmachen, Drake Okay Das packst du schon? Du bist doch ein Kerl Und, oh Dann gehen wir mal eine Runde baden Warum denn nicht? Okay Hier ist ein Seil Nein das ist kein Seil Das ist Wasser das fließt Okay Dann gehen wir an die andere Wand Ist da irgendwas Ja hier komme ich nach oben Hier komme ich nach oben Okay Dann raus da, Drake Ich glaube du willst auch nicht zu lange drin bleiben Willst dich ja nicht erkälten Zack Zack Okay Und hier wieder an dem Teil rumdrehen Ja, danke Du machst komische Geräusche beim Anstrengen, mein Freund Du machst komische Geräusche beim Anstrengen Was passiert jetzt? Eine schicke Welle Viel Wasser Viel Wasser Und Wasserpegel steigt Das ist doch cool Physik und so Ich glaube ich glaube es ist immer noch nicht hoch genug Als dass wir Ja, natürlich hört es direkt wieder auf Ist nicht hoch genug als dass wir hier hochkommen, oder? Kommen wir da hoch? Nee Okay, aber wir kommen auf die andere Seite Und da können wir höchstwahrscheinlich wieder den Wasserpegel erhöhen Und dann kommen wir da hoch Zack, zack Okay Und hier einmal schön Rand drehen Okay Was ist passiert? Was hat hier gesteigt? Ich dachte gerade ich habe es nicht entbekommen Okay, dann wollen wir hier raus Raus Drake Gut Kapitel 6 Schlüssel zur Vergangenheit Okay Ein neues Kapitel Sonnenlicht Ist es nicht vorhin erst Abend geworden? Hey, Elena, wo bist du? Wo ist die? Ach Oh Gott, das sieht nicht gut aus Ah Moment mal Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow Verdammter Mist Wow, wow Drake Deckung Tust du nicht Das ist klüger Zack Und zack Du lebst noch Ich glaube ich habe dir den Kopf weg geschossen Du darfst die Granate einfach weg Zack Du lebst auch noch Äh Äh Das kann nicht gut sein Okay, bleiben wir hier am Auto Das schätzt sich jetzt nicht Ja, Drake Du sollst zielen Du sollst zielen Voll zielen So, okay, der darfst du tot sein, du sollst das weiter Hey Was soll denn das jetzt? Wer schießt da? Der lebt immer noch Okay Okay Halt durch mein Freund, halt durch Das wird gut, weißt du was? Wir gehen einfach zu ihnen nach oben Nein! In Ordnung, es geht los Okay Ich gehe der Weg von hier, wir müssen uns nach oben führen Tut er aber nicht Das ist ja super toll Achso, wir müssen glaube ich da rechts an der Wand hochklettern Achso, da sind Treppen Machen wir das halt so Ich wollte jetzt richtig cool irgendwie von außen dran rumklettern Aber nein, dann nehmen wir halt die Treppen Du Heilige Ach du Heilige Äh ja, das war eine super Idee Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist Ich wette, das war wieder einer von euch Zack Ja, das ist der Kopfschluss und Zack, 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 zack Kein zweiter Kopfschluss, aber du bist tot Ja, wie treffen die mich denn? Ja, das bin ich wohl echt Okay, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie toll ich mich doch in diesen Spielen anstelle Zack Zack Wie nennst du einen Mistkern? Zack Okay Okay Ich muss einfach sein Kopf treffen, seinen Kopf treffen, dann töte ihn wenigstens gut Ich bleib in Deckung Es wird es halbwegs gut laufen, wenn du den da oben triffst Da ist er, da ist er Komm raus, mein Freund, komm raus Dann, nein, kann ich nicht, okay Okay Für den Fall der Fälle, dass uns da wieder einer überrascht Doch was, wo kommst du denn jetzt her? Achso, von da Verdammt Okay, den macht mir Kopf Habt ihr nicht Habt ihr nicht Ah, fuck Wer will, was will der denn da jetzt? So Oh Gott Oh Gott Zack Oh, das war eine kleine Region, wo ich da hin gezielt hab Ich finde das immer so cool, wie die wegfliegen Wir haben noch genug Monitor und das heißt, wir bleiben dabei Wie erklimmen wir jetzt diesen Turm? Wie erklimmen wir jetzt diesen Turm? Aha, was ist das? Das öffnet mir unten den Weg Super Aber ich will in den Turm Wie es aussieht, kommen wir da aber erst von außen rum hin Dann müssen wir wohl oder übel durch diese Tür hier gehen Die wir aber erst im nächsten Part durch treten werden Denn das sieht mir wieder nach Kampf aus Ah nein, nach Klettern Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part Mein Name ist Vetus und das war's heute Bis zum nächsten Mal Ciao